Grüß Gott, liebe Gemeinde, und herzlich willkommen zu Die Wand von Marleen Haushofer. Es geht in dieser ungewöhnlichen Dystopie aus dem Jahr 1968 erstmal nur um Sie hier, die namenlose Protagonistin der Geschichte. Sie ist Mitte 40, Witwe mit zwei erwachsenen Töchtern und mittlerweile ziemlich fit. Ich fange jetzt mit meinem Bericht an. Ich habe noch einen Kuli, drei Bleistifte, Altpapier und solange ich schreibe, werde ich nicht irre. Heute ist vielleicht der 5. November, Uhrzeit gibt es nicht mehr und ich bin in der Jagdhütte von Hugo, dem Mann meiner Cousine Luise, reicher Kesselfabrikant. Naja, es ist ja immer von diesen Atomkriegen die Rede. Deshalb habe ich hier im Jagdhaus mal so einen Lebensmittelvorrat angelegt und die Luise so, es ist fast Mai, Darling, komm noch mit zu uns ins Jagdhaus. Und sie so, okay. Und sie fahren drei Stunden mit dem Auto, holen dann den Luchs ab. Das ist der Jagdhund, der wird von so einem Jäger aufgezogen. Boah, du bist ja ein Lieber. Dann sind sie im Jagdhaus. So, machen wir eine Jause, ne? Und dann gehen wir ins Dorf. Aber wir gehen ins Dorf. Sie gehen ins Dorf. Sie bleibt hier und irgendwann kommt dann der Luchs zurück. Ach, hat sie dich zurückgeschickt, das Frauchen, oder? Und am nächsten Morgen so, hä? Wieso sind die nachts nicht nach Hause gekommen? Und dann geht sie mit dem Luchs Richtung Dorf und der läuft so vor und plötzlich so, jawoll, hat eine blutige Schnauze und sie so, was ist denn jetzt los? Und geht so weiter und bang! Aua, was ist denn das? Wie eine gläserne Wand? Sag mal, habe ich jetzt Halluzinationen? Ich sehe absolut nichts. Und sie geht ein bisschen prima an der Wand lang. Ah, der alte Mann vom Nachbarhof steht da so am Brunnen. Hallo? Der bewegt sich ja gar nicht. Und dann geht sie erst mal zum Jagdhaus zurück. Und sie sagt, boah, ich brauche jetzt erst mal einen Kaffee, meine restlichen drei Zigaretten, äh, Whisky, die müssen alle tot sein? Im Tal oder im ganzen Land? Nee, nee, nur im Tal. Was sagt das Autoradio? Nix. Und am nächsten Morgen so, boah, ich überlebe das nicht diesen Tag. Besser, ich wehre mich nicht dagegen. Sie geht nochmal raus und steckt an der Wand so Äste ein, um sie identifizieren zu können. Plötzlich hört sie, muuuhu, und sieht eine Kuh aus dem Unterholz kommen. Boah, du Arme, seit zwei Tagen nicht gemolken, ne? Ich verschaffe dir mal Erleichterung. Zum Glück habe ich das als Kind ein bisschen gelernt. Und sie melkt sie und fortan hat sie eine Kuh. Ich nenne dich Bella. Und die wohnt jetzt in einer kleinen Hütte neben dem Jagdhaus, die für den Jäger vorgesehen war. Super, jetzt bin ich Gefangene von einer Kuh, ne? Muss die melken und füttern. Und erst mal hat sie nur ganz wenig Zeit nachzudenken, sondern muss ihr Leben organisieren. Boah, jetzt sind zehn Tage rum, ne? Ich glaube, das muss eine globale Katastrophe sein. Ich kann aber gar nicht glauben, dass meine Töchter tot sind. Gut, als Erwachsene fand ich sie sowieso irgendwie doof. Ich muss ja jetzt für niemanden mehr lügen. Also was soll ich machen? Hinter der Wand ist wahrscheinlich eine neue Waffe im Einsatz. Mehr weiß ich ja nicht. Soll ich Selbstmord begehen? Aber Luchs und Bella? Oder versuchen weiterzuleben. Ich bin ja gut ausgerüstet. Vor allem gibt's noch Erdäpfel und Bohnen. Die kann ich pflanzen. Also gibt's jetzt das nächste Projekt Erdapfelacker. Sie sucht erstmal so eine Lichtung im Wald. So, dann Roden pflanzen, Bohnen pflanzen. Boah, ich bin fix und fertig hinterher, ne? Und plötzlich macht es quietsch. Und dann kommt eine Katze aus dem Unterholz. Oh, wir haben Familienzuwachs. Und sie so, zzzz. Und ihr so, wuff, ich mach ja gar nichts. Und immer ist irgendwas. Oh nein, der Holzboden von Bellas Hütte wird langsam faul von ihrem Urin. Ich muss eine Rinne graben. Und dann geht sie andere Jagdhütten durchsuchen. Immerhin mal ein Kartenspiel gefunden. Oh nein, ich hab Zahnschmerzen. Ah, das Schmerzmittel wirkt nicht mehr. Ich schneid mir jetzt das Geschwür mit einer Rasierklinge auf. Aua! Das nimmt sie mit, aber glücklicherweise überlebt sie es. Sie zieht natürlich jetzt auch viele Klamotten an, die sie im Jagdhaus findet. Plötzlich miaut es aus dem Kleiderschrank. Boah, Nachwuchs, ein kleines Kätzchen. Wie hast denn du das gemacht, alte Katze? Aber wie auch immer. Bist du süß? Ich nenn dich Perle. Aber weiß ist wahrscheinlich ungünstig hier im Wald, von wegen Fressfeinde. Dann kommt die Heuernte. Meine Damen und Herren, hat schon mal jemand von Ihnen versucht, eine Bergwiese mit der Sense zu mähen? Es ist unendlich anstrengend. Und als das Heu im August im Stadel ist, schluchzt sie, ich hab so keinen Mut mehr. Und Luchs baut sie auf. Fiep, fiep, fiep. Schleck. Ja, du bist ein guter. Oh, die Himbeeren sind reif. Zucker. Und für ein paar Tage badet sie in Süßigkeit. Was ist das denn? Sommergewitter. Sie bringt ihre Tiere in Sicherheit. Boah, da steht ein Riese über uns und schwingt ein Feuerhammer. Aber auch das geht vorbei. Ich brauch Brennholz für den Winter. Was sie heranschafft. So langsam krieg ich einen Plan hier von meinem Leben. Ich geh jagen, was ich nicht mag, Tiere töten. Aber ich muss es. Der Luchs braucht ja auch Frischfleisch. Und glücklicherweise ist genügend Munition hier. Und ich kann schießen. Hm, auf der Alm gibt's vielleicht Preiselbeeren. Da steig ich mal hoch. Und der Aufstieg dauert drei Stunden. Aber er lohnt sich. Oh, ein Butterfass. Das ist super. Da kann ich besser Butter aus Bellas Milch machen. Und man könnte den Sommer hier oben leben. Aber so weit ist es noch nicht. Erstmal ist Erdäpfelernte. Juhu, Festessen. Wuff, wuff. Ja, du kriegst natürlich auch was ab. Der Luchs ist echt immer happy. Der ist halt total menschensüchtig. Es gibt auch noch ein paar Baumäpfel in der Nähe des Nachbarhofes, wo immer noch der alte Mann am Boden steht. Dann ist der Herbst vorbei. Es regnet. Es ist nochmal Föhn. Perle geht in den Wald, was die alte Katze auch immer macht. Nein! Morgens kommt sie halbtot nach Hause. Perle! Und sie stirbt. Miau! Oh nein! Jetzt ist Winter. Es ist draußen nicht so viel zu tun. Außer jagen, mit Luchs rausgehen. Ja, und ansonsten lese ich. Aber diese Krimis, die werden mittlerweile echt langweilig. Lieber spiele ich Karten. Ich habe mir da was ausgedacht. Und ich träume immer von diesen ganzen Toten. Es ist schrecklich. Schluchz. Fiep, Fiep. Ja, du tröstest mich. Aber ich kann das alles nicht länger ertragen. Jetzt kommt auch noch Weihnachten. Ich hasse das. Ich will nicht mehr weitermachen. Ich will fliehen. Ich muss das alles annehmen. Sonst wird es nicht gehen. Das tut sie. Es ist ein Prozess. Aber dann geht es ihr besser. Im Gegensatz zum Wild draußen. Die warten eigentlich drauf, dass ich sie ein bisschen mit Heu füttere. Aber ich kann mir das nicht leisten. Oh nein! Ein Reh! Das hat sich einen Hinterlauf gebrochen. Und das Reh wird nicht überleben. Deswegen erlöst sie es mit einem Messerstich. Ah! Und sie so, oh, es geht mir immer so mies, wenn ich diese armen Tiere töten muss. Aber es geht ja nicht anders. Glücklicherweise wird sie auch wieder abgelenkt. Muuuuh! Sag mal, kriegt die Bella jetzt echt einen Kalb oder was? Ich habe doch keine Ahnung von sowas. Sie muss tatsächlich auch Geburtshilfe leisten. Also so richtig in die Bella reingreifen. Wahnsinn! Aber es klappt und zur Welt kommt ein kleiner Stier. Und Bella so, Schleck, Schleck. Boah, das ist ja echt niedlich. Im Winter ist es echt still. Ich gehe eigentlich nur wegen dem Luchs raus oder natürlich um die anderen Tiere zu versorgen. Und jetzt müssen wir etwas erwähnen, was die Erzählerin die ganze Zeit schon getan hat. Seit er tot ist, bin ich wie amputiert. Ich bin so einsam. Er war mein einziger echter Freund. Das also schon mal als Vorausdeutung. Jetzt kriegt sie auch noch Rheuma. Aua! Ich kann meine Finger kaum beugen. Baa! Ich habe überhaupt keine Finger. Die Katze, Miau, kriegt wieder Nachwuchs im Kleiderschrank. Oh super, drei getigerte Kätzchen. Miau! Äh, zwei getigerte Kätzchen. Ich nenne euch Panther und Tiger. Oh nein, Panther ist im Unterholz verschwunden. Bleibt nur noch Tiger übrig. Und der ist echt ein Terrorist, ne? Der attackiert den Hund und attackiert auch Frauchen immer. Miau! Und der Hund so wuff, wuff. Ist aber echt ganz nett zu ihm, was man nicht alles macht für die Tiere, die man liebt. Man spielt dann eben trotzdem mit ihm, ne? Aber ganz ehrlich, ich freue mich drauf, wenn ich mein Herz nicht mehr an was Lebendiges hängen muss, weil mir ja doch alles genommen wird. Im Mai ihres zweiten Jahres wagt sie es, nach langer Debatte mit sich selbst auf die Alm zu steigen für den Sommer. Boah, das ist echt total viel Arbeit, ne? Aber der kleine Stier, der jetzt schon langsam größer wird, der liebt es echt total. Mu, mu, mu hier oben. Und dieser Weitblick, der macht einen ja irgendwie auch frei. Wenn sie mal Zeit hat, durchsucht sie alte Jagdhütten. Ich hab zum Beispiel nen Sack Mehl in einer gefunden, das war so'n Fest, als ich mal wieder was backen konnte. Und Bellas Milch wird hier oben auch so total lecker. Ach du, unsere große, sanfte Nährmutter, wenn du wüsstest, was du für uns bist. Ich hoffe nur, dass du vor mir sterben wirst, weil, ähm, sonst wirst du ohne mich wahrscheinlich nicht überleben. Die Heuernte ist natürlich ein Problem, weil es jetzt so weit zur Wiese ist. Und mindestens einmal am Tag muss ich ja Bella melken. Boah, was soll's, auf geht's. Und während des Heuens, boah, es tut mir alles weh, es hat ja doch alles keinen Zweck. Ich hätte mich rechtzeitig erschießen sollen. Ja, aber Bella und Luchs und meine Tiere, ich kann die doch nicht im Stich lassen. Und so schafft sie es wieder, das Heu zu ernten. Es ist einfach ein Wahnsinn. Auf der Alm gibt es aber noch eine andere Gefahr. Ja, nämlich abends einfach hier auf der Bank zu sitzen und in die Sterne gucken. Ich bin ganz weit weg von mir plötzlich. Äh, jetzt nicht weiter. Fiep, fiep. Sonst kann ich nicht mehr weitermachen. Aber schön ist es schon. Einfach die Welt staunend und neu anschauen wie ein Kind. Einfach im Hier und Jetzt sein. Aber die Zeit vergeht. Es wird langsam kalt. Wir müssen wieder runter. Der Umzug glückt. Selbst die alte Katze ist noch am Leben, die, nachdem sie sie auf die Alm transportiert hatte, von dort wieder geflohen war. Miau, freut sich total, sie zu sehen. Es gibt wieder Äpfel und Tiger. Miau, 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 wird zum ersten Mal rollig. Mutti schickt ihn weg. Er macht einen Ausflug in den Wald, kommt aber wieder. Dann wird Bella brünstig. Muuu. Boah, ich kann doch den jungen Stier nicht zu ihr lassen. Der ist mittlerweile schon ganz schön groß. Und das gibt doch ein Unglück. Deswegen trennt sie sie jetzt. Du musst jetzt in der Garage wohnen. Aber die brüllen sich jetzt gegenseitig an, weil sie zueinander wollen. Boah, ich halte es nicht mehr aus. Diese scheiß Hormone. Liebe macht das Leben ja erträglicher. Aber diese Sklaverei von Sex und Fortpflanzung. Tiger wird wieder rollig. Miau. Geht in den Wald, kommt aber nicht mehr zurück. Nein, dann wird auch noch die Katze krank. Du stirbst nicht. Und es gelingt ihr, die Katze zu retten. Dann jedoch wird Mutti selber krank. Und im Fieber gelingt es ihr kaum. Tiere Bella melken, füttern. Sie packt es gerade so. Dann fängt das nächste Jahr an und sie lässt den Stier jetzt auch mal zu Bella. Aber die wird nicht trächtig. Komisch. Sie gibt auch immer weniger Milch. Dann ziehen sie wieder auf die Alm um. Dieses Jahr geht es leichter. Ja, sogar die Heuernte. Im September ist es noch ganz schön. So, jetzt muss ich Erdäpfel ernten. Und deswegen geht sie ins Tal mit dem Luchs. Als sie wieder aufsteigt, tickt Luchs total aus. Wuff, wuff, wuff. Grrrr. Und als sie auf die Wiese tritt, sieht sie warum. Ein fremder Typ, total verwildert, steht da mit einer Axt. Und zwar über dem toten Stier. Und Luchs greift ihn sofort an. Wuff. Sie ruft ihn noch zurück. Geh ab, Luchs. Rennt in die Hütte, holt das Jagdgewehr. Aber als sie rauskommt, ist es schon zu spät. Er hat, wuff, den Hund erschlagen. Und sie erschießt ihn. Bang. Aua. Und er stirbt. Sie kümmert sich zuerst um die total verängstigte Bella. Muuu. Dann kümmert sie sich um den toten Luchs und schließlich ganz am Ende um den Mörder. Ja, und dann habe ich am nächsten Tag Bella genommen und bin wieder ins Tal, wo glücklicherweise genug Arbeit gewartet hat. Ich frage mich immer, warum der Stier und Luchs getötet hat. Ah, die Krähen schreien schon. Es ist der 25. Februar von Jahr 2. Ich werde auf die Lichtung gehen und die weiße Krähe füttern. Die wartet schon. Und so endet dieser Bericht, der in der Zusammenfassung vielleicht unspektakulär wirkt. Aber ich sage euch, viel echter und spannender geht es nicht. Und ich glaube, es liegt an diesem ganz Existenziellen, um das es in dem Buch geht. Wozu die ganze Mühe? Wozu morgens aufstehen? Wozu die Plackerei? Für die Wesen, die wir lieben. Lest dieses Buch. Und das, liebe Gemeinde, war die Wand von Marlen Haushofer. Und ich sage euch, viel echter und spannender. Und ich sage euch, viel echter und das, liebe Gemeinde. Und ich sage euch, viel echter und meine Güte. Und ich sage euch, viel echter und